Guten Abend ihr Lieben, heute gibt es ein neues Begeisterungsvideo aus der Violetten Garage. Meine Corgis fallen ja systematisch DHL Postboden an und verbellen auch die Autos von DHL, wenn sie vorbeifahren. Ich frage mich, was haben die Runde gegen DHL? Ich weiß es jetzt, ich habe jetzt auch was gegen DHL. Ich glaube es gibt kein Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, das es geschafft hat, sich so viele Millionen Deutsche zu Feinden zu machen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich sage euch mal den, den ich jetzt erlebt habe. Ich habe ja vor einiger Zeit bei einem netten Menschen in Coburg, Coburg ist etwa 30 Kilometer von hier entfernt, zwei Geißlerröhren bestellt. Geißlerröhren sind wunderbare, uralte Glaselektroden, ihr seht da unten, die sind sogar mit Uranglas. Die haben zwei Weltkriege überstanden, den ersten, den zweiten, den Wiederaufbau und sind unbeschädigt geblieben. Auf den 30 Kilometern von Coburg nach Schweinfurt hat es die DHL mit ihrem Service geschafft, diese beiden Glaselektroden gründlich zu zerschmettern. Ich habe mich wirklich gefragt, wie kommt es eigentlich zu sowas, was machen die mit den Paketen? Die waren ordentlich verpackt, dass die Dinger so kaputt gehen. Die Frage habe ich dann auch beim Postbüro da in Schweinfurt gestellt und die haben gesagt, ja, da müssen sie da diesen Reklamationsbogen ausfüllen und dann schicken sie das Ganze an die Reklamationsstelle der DHL. Gut, da möchte ich jetzt auch nicht arbeiten. Ich habe es aber trotzdem hingeschickt mit einem freundlichen kleinen Anschreiben. Nach zwei Wochen kriege ich das Ganze zurück und sage, leider ist für ihre Anlieferung, also die reden dann von einer Ablieferung, ist das, leider dann ist die Haftung ausgeschlossen und haben mich auf den Vertrag verwiesen. Wenn ihr so dumm seid, so dumm wie ich war und schließt mit der DHL eine Vereinbarung ab, die es denen erlaubt, ihren Aufwand zu reduzieren und dann an einer definierten Stelle das Paket abzulegen, könnt ihr hier sehen, was passiert mit eurer Transportversicherung. Abschnitt 2 Hier mal mit dem Messer Für den Verlust oder die Beschädigung von Sendungen nach der auftragsgemäß erfolgten Ablage Am Ablageort im Rahmen der Blablabla, Empfangsoption, ist eine Haftung der DHL und ihrer Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Das heißt, weder der Spediteur bezahlt noch die DHL, wenn ihr eine solche Abliefervereinbarung abgeschlossen habt mit der DHL. Das steht irgendwo hinten auf Seite 2 oder 3 dieser Vereinbarung in ganz, ganz kleiner Schrift. Man liest es, man ist fassungslos und ich bin wirklich echt sprachlos gewesen, als ich das gesehen habe. Weil ich habe bisher immer meine Pakete mit Transportversicherung geschickt und ich weiß jetzt nicht, ob die Leute, die das jetzt von DHL geliefert bekommen, eine Abliefervereinbarung haben, weil wenn sie nämlich keine haben, dann sind grundsätzlich die gekniffen. Ich hätte mich jetzt an den Absender wenden können und versuchen, den haftbar zu machen. Das habe ich aber nicht gemacht, weil das ein relativ netter Mensch ist. Der hat das auch wirklich gründlich verpackt. Ich kann dem absolut keinen Vorwurf machen, außer einem. Und der heißt, weshalb nur hast du dein Paket mit der DHL verschickt? Ab jetzt werde ich auch die Hunde nicht mehr, werde ich vermutlich nicht mehr hinter dem Gitterchen lassen, wenn der DHL-Postbode kommt, sondern mal schauen, ob die nicht ein bisschen scheuchen können. Weil die Abliefervereinbarung, die habe ich ehrlich gesagt auch sofort zurückgenommen. Wenn das zu einem Haftungsausschluss führt, dann ist das ein ganz, ganz schlechtes Geschäft für mich und auch für alle, von denen ich was bekomme, beziehungsweise die was von mir bekommen. Also, meine Lieben, Finger weg von der Vereinbarung über einen Ablageplatz mit der DHL. Da damit schadet ihr euch selber und nutzt der DHL. Das zahlen die euch nicht zurück. So, genug der Begeisterung über unsere deutsche Dienstleistungsunternehmen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, den habe ich jetzt auch. und mach mir mal über ein paar Geräte her. Euch wünsche ich eine gute Zeit und bis bald.